Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Heute am Sonntag zu den kosmischen News. Ja und heute werden uns die Themen beschäftigen, wie wir zum Kanal für die kosmischen Energien, für die kosmischen Informationen werden. Und die Sterne und die Energien stehen günstig, dass uns das gelingen wird. Denn diese Woche ist es möglich, Geistesblitze, Eingebungen und grandiose Ideen zu empfangen. Direkt von der kosmischen Intelligenz, direkt von der Urquelle. Wow. Sei also achtsam, sei offen. Versuche nicht alles zu zerdenken, sondern lass es fließen. Du wirst diese Eingebungen im ganzen Körper spüren. Sie fühlen sich gut an. Dann bist du verbunden und kannst alles herunterladen, um es dann Schritt für Schritt in die Form zu bringen. Macht es dich eher unruhig oder nervös, dann sind die Schwingungen noch zu hoch für dich. Das ist nicht schlimm. Übe dich dann einfach in Achtsamkeit und Vertrauen. Also du wirst deinen Wert dann auch haben, der diese Woche für dich beinhaltet. Übe dich dann in Achtsamkeit und Vertrauen und für alle diejenigen, die merken, boah, es fühlt sich gut an, ich spüre die Eingebungen am ganzen Körper zulassen, fließen lassen, fließen lassen. Also stell dich diese Woche auf viele tolle Eingebungen und Geistesblitze ein. Stell dich aber auch auf unerwartete Überraschungen ein. Sind sie positiv, dann freu dich drüber. Sind sie erstmal unangenehm, versuche gelassen zu bleiben. Ganz wichtig. Wir können nun glitzernde Samenkörner in die Erde legen, welche heranreifen zu dem, was wir erschaffen wollen. Es sind so lichtvolle, hohe Bewusstseinsenergien am Werk, die uns bei der Verwirklichung helfen. Deswegen überstürze nichts, sondern frage dich immer wieder, was möchtest du durch dich verwirklichen? Was brauchst du wirklich? Kannst du das Licht deines Seins fühlen? Welche Verantwortung möchtest du übernehmen und welche möchtest du nicht mehr tragen? Welche Grenzen sind wichtig für dich und welche dürfen neu gesteckt werden? Was kannst du aus deinem Rucksack aussortieren für deine Reise in ein neues Bewusstsein? Sei kreativ, sei achtsam und genieße diese geistigen Höhenflüge. Achte auf dich, deine Werte sowie auch auf deinen Körper. Es gibt nun keinen Weg mehr zurück. Es geht nun immer weiter vorwärts und wir verhelfen gemeinsam einer neuen Erde, einem neuen Bewusstsein auf die Welt. Sei dir bewusst, du bist ein großer Schöpfer und mit diesem Bewusstsein geh verantwortlich um, mit diesem Thema Schöpfung erschaffen, indem du sehr bewusst immer wieder hinschaust, was du wirklich erschaffen möchtest. Du bist ein Kanal für die Informationen, die aus den göttlichen Reichen kommen. Ja, nimm diese Verantwortung an und genieße sie. Schön, dass es dich gibt. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren, denn hier informiere ich dich auch immer wieder über die kosmischen News und schau gerne auch in die Shownotes, wenn du Lust hast, mit mir in Kontakt zu treten. Von Herzen ist das Allerschönste für dich. Deine Linda Von Herzen ist das Allerschönste für dich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020